Überwinde deine Eifersucht. Das ist die größte aller Prüfungen. Wie sagt Merlin? Das gesprochene Wort fliegt davon, das geschriebene bleibt. Die inneren Werte sind wichtiger als die Herkuluft. Im Herzen der Menschen ist ein nicht gehaltenes Versprechen wie eine Verletzung. Ein Verrat. Selbstgefälligkeit ist der erste Schritt zur Niederlage. Unterschätze nie deinen Gegner, Arthur. Es ist besser, aus einem guten Grund ungehorsam zu sein, als blind zu gehorchen. So handeln nur wahre Helden. Aber das Wichtigste ist, dass jeder von euch auf sein Herz hört und ihr einander helft in schwierigen Situationen. Diese Tugend wird für eure Zukunft wichtig sein. Als Ritter, Königin und, wer weiß, König.